Seid ihr an der Mauer entlang, oder? Der ist im Haus drin, oder? Ja, der ist im Haus drin Aber der haut nicht ab Also theoretisch könnten wir auch wie Wildball Ja, trotzdem Schau mal, vielleicht kriegen wir es auch leise hin Ich geh mal auf Handwaffe Weil der Sniper ist raus Der Sniper ist nämlich raus Ich glaub die Typen im Haus, die schlafen alle Genau so bin ich rein damals Der Drohnen-Scanner steht direkt daneben Zwei sind alle hier oben Zwei sind alarmiert, eins und zwei Ich bringe den mit Ich meine Du siehst nicht wie die Sarko-Werker in Santa Blanca Das bedeutet, dass du die drei Ich bin da schon rausgelaufen, sieht das nicht? Ich habe eine Veränderung auf meine Pläne Du adjustierst Ich muss nicht adjustierst Ich habe das alles ausprobiert, schon seitdem Wiener vor, in fact Vielleicht ein paar Monate Ich muss einfach aktivieren Kontingency Plan Alpha Set 984 Was ist? Was ist? Ich gehe mit dem, was die die gute Leute möchte ich machen, natürlich Zumindest für heute Das maximiert meine Chance Zuwählen Während ich herausfinden, welcher meiner Planung kann immer noch sein Ich denke, wir werden gut gehen Bringen sie ihn weg Ja, ja, aber der bleibt hier wie gesagt Kein Mann ist bravo Wir haben hier einen Helikopter Ja, dann schießen wir sie über den Haufen Na Wir müssen den Typen ja rausholen Also einfach rein und losfliegen Ey, wo ist denn der Typ? Ich habe den Typen schon mitgenommen Komm hoch du Komm hoch Hast du ihn schon? Ich habe ihn schon Ich habe ihn gerade eben rausgetragen Was ich ihm ja gesagt Nix tun Kriegen wir alles hin Ich habe mich schon gewundert Warum fängt er an zu reden? Ja, so einfach kann es sein Deswegen sage ich ja Also so ein unüberwindbares Tor Das nur ausgeht, wenn du den Generator kaputt machst Ähm, da gibt es bestimmt noch einen zweiten Weg Stimmt schon, ne? Man muss nicht immer alles aufräumen Ja Und das finde ich ja eigentlich Ghost mäßig Gehst rein, holst noch raus Und wieder weg Das ist eigentlich genau die richtige Art und Weise Ja Ja